Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal hatten wir actionreiche Abenteuer im All, haben Professoren gerettet, bzw. Forscher, wurden gigantisch und haben ein Mutterschiff ins All befördert und heute wollen wir den Action-Funkli helfen, bzw. den Superhelden-Funkli. Und da bin ich schon gespannt, was wir bei Gefahr aus dem dunklen All erwarten dürfen. Ich erwarte auf jeden Fall sehr viel Action. Oh, dass er mit hier drin ist. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Wo bleiben die Gegner? Wenn es weiter nichts ist. Okay. Jetzt will ich mir damit sagen. Okay, ciao. Ich glaube, wir haben jetzt jemand weiter, der gefangen ist. Jetzt muss nicht nur der Funkeli gerettet werden. Aus. Friss. Hätte ich nach dem einen werfen müssen? Ich kriege halt trotzdem einen Stern. Lass den Professor frei. Oh, Fiesling. Hosen sind wichtig, Leute. Bleib hier. Pam. Professor gerettet. Ist es nicht normal? Hier ist auf jeden Fall das Podest. Das Feld sticht hier raus. Ich wollte gerade sagen, ihr kommt hoffentlich wieder runter. Da ist der Funkeli. Ja, aber es wird wahrscheinlich irgendwer was dagegen haben. Ich hoffe, es ist nicht wichtig, dass die Dinger aufkommen können. Die kommen damit ja nur runter, offenbar. Ich glaube, alle vom abstürzen abzuhalten, wäre sowieso unmöglich. Rettet. Da kommt der... Der Super-Funkerli. Niemand, der was dagegen hat Oh no Bin an dir dran, ich warte eine Sequenz Wollen nicht alle treffen? Cool Ich benutze ihn als Waffe Wie cool ist denn das? Da haben wir schon mal Stern Nummer 4 Wie gesagt, ich erwarte eine Sequenz jetzt hier auffolgen Das war cool Vielen Dank Ein weiterer Funkeli gerettet Und ein neues, krasses Bild für meine Sammlung Oh, das sieht richtig geil aus Und die Schleife ist tatsächlich schöner als die andere, die ich die ganze Zeit habe Ja, dann fehlen nur noch drei Zwei auf der Seite und eine auf der linken Der ist bestimmt im dritten oder im zweiten Obergeschoss Aber erstmal, da konnte ich meistens immer was kaufen nach dem Funkeli Superhelden-Spezialkleid Oh, das sieht auch fancy aus Ist genehmigt Na gut, dann suche ich jetzt mal eben kurz den Funkeli Okay, der Superhelden-Funkeli ist einfach direkt hier ganz oben Auch kein Ding, dass ihr und du uns warten liest Beim nächsten Mal haben wir die Kung-Fu-Sage vor uns Dann dürfen wir wieder Kung-Fu-Action haben Das war ja bisher eines der geilsten Sachen Naja, nichtsdestotrops Ich hoffe, dass euch die Show heute gefallen hat Auch wenn sie ein bisschen kurz war Wenn ja, könnt ihr ja den Drill Ein Abo und ein Like da lassen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao Leute, bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann